ARD Text im Auftrag von Funk Tobias! Ich leb jetzt als Mädchen. Finn? Helen. So, jetzt hör mal zu, Finn. Da drin sitzen unsere Freunde. Und zwar alle. Du hörst jetzt sofort auf mit dem Mist. Du steckst es aber runter. Dure68. Es ist eine große An Lacama. Dez、 das was längstens.